Du lädst mich jetzt ein? Ja, ich lade dich ein, um mit mir zu spielen. 5-2-0, wie lange es dran? Schwein! Und der Ball auf Lewandowski! Jawoll! Was? Hast du Sound? Leute, im Stream ist der Sound okay und so weiter? Müsste aber, oder? Dennis spielt mit Hertha. Wir spielen Kuop. Wir spielen zusammen. Ja, ich Marcel, wir spielen Dennis und ich zusammen gegen Real. Gegen zwei andere Online-Gegner. Oh, du hast das bestimmt auch wieder nicht oben umgestellt. Ui, Oka. Wonka ist da. Wonka. So, wir müssen uns konzentrieren hier. Ja. Da ist es. Och nee. Pepe mit dem Kopfball. Mach ihn! Boah! Hallo, kein Spiel-Sound. Was? Alle schreiben Sound nice und du hast keinen Spiel-Sound? Leute, habt ihr Sound oder nicht? Aber jetzt ist nichts angeschlossen. Achso, du willst hier gar nicht her. Boah! Nice, Junge. Läuft wie geschmiert hier. Ja, aber das ist Dennis. Immer wenn Dennis redet, ist das das, ne? Nur Dennis ist rechts. La 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 la. Oh, der Game-Sound, ich muss ja über die Regarde kommen. Aber auch nur kurz Sound. Und... Flanke, Kopf, Baltor. Boah! 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 4-1. Das habe ich auch nicht gerechnet. Ach, Kacke. Geil. Aber ich glaube, der Game-Sound, wenn du Ops an hast, Dennis... Ist dann der Game-Sound schlägt er nicht auch rechts in den Balken aus? Da ist doch links einer, Mikro... Kann ich gleich gucken, warte. In der Halbzeit. Ich habe ja eh ein OPS und... Weil der... nur wenn du redest. Ja! Hui! Und da sind es wieder drei Tore. Jawoll. Easy. Ja, so gut sind die nicht. Ne, stimmt. Witt? Ja. Quiddy... Quiddy, Junge. Oh, diese Affe... Ich wollte noch einen Zorn machen, ey. Ja, sicher zählt er als Sieg. Ja, gewonnen, Leute. Zählt als Ragequid. Ihr habt gewonnen. Jetzt bekommt er eigentlich eure Kohle. Ja. So, Leute. Kriegen Belgien. Konzentration, Thilo. Ja, okay. Nach dem Stress am Abend. Oh, war echt, Alter. Rot. Das ist doch... Dennis, kennst du mich noch? Baba Doschka? Keine Ahnung. Jetzt setzt er ihn unter Druck. Nur Müller. Mach ne! Wuuuh! Ja, voll ski! Der, der am Anfang von Es Müller wieder in jedes Video konvenziert hat. PSN, Markus Wurst, Thilo rasiert wieder. Ja, wir rasieren zusammen. Wir spielen Dennis und ich Coop Liga 1, Leute. Und schön. Nein! Jawoll! Boom! Traumtor. Traumtor. Schon Doktor arrogant, oder? Leute, im nächsten Spiel könnt ihr auch wieder wetten. Kein Abseits. Was für ein Tor, Junge. 114. Vogel, mach mal 150 draus. Hey, im Gegenteil. Hier, die Hälfte von allen. Mach mal alle durch. Hälfte, jetzt mach mal halblang hier. Ach nein! Nein! Mit 300 kmh gegen die Latte. Boom, Junge. Ach, Mann, ey. Ach, geil. Pass auf. Da hätten es Alaba und du lädst ab, oder ich. Keine Ahnung. Okay. Oh, ich. Freistoß. Ach, die sind aber auch schlecht, ey. Haben wir einen Titel geholt? Ja. Alter Vogel, die sind schon wieder Liga-Titel. Wir steigen auch noch viel stärker. Jetzt sind die aber noch viel stärker, glaube ich. Da müssen sie ja noch Alonso. Ja, da ist es. Ach. Mann, ey. Das ist so schlecht verteidigt. Das ist zum Heulen, ey. Ah. Unnötiges Gegentor. Aus so'n Scheiß-Abstoß gingen da. Die gut sind sie nicht im Spiel. Sie bekommen den Gegner nicht in den Griff. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig vornig. Das passt wieder gar nicht, ey. Okay. Wie die da durch? Kommen die Pässe nicht mal an. Die rennen los. Boah. Ey. Wie kann der durch? Wie knapp. Ja. Na toll, ey. Keine Fresse, ey. Wie kann der durch? Vielleicht mal den Ball an der Vernunft her und jetzt unten. Geh du ran. Ja. Ja. Und jetzt der Almarin mit dem Tor. Aaaaah. Wir haben nichts hingekriegt. Ich gibt's ja gar nicht. Wir haben aus ner Ecke hier. Guck dir das mal an. Ja, aber die können dann nicht stoppen. Sauberes Technik von ihm. Die spielen nur Scheiße. Das macht einer. Haben wir nicht vor dem Spiel noch alle gesagt, dass wir hier ein ganz enges Ding erwarten, Buschi? Ja. So ganz gut. Magde ihn. Endlich. Endlich. Komm, wechsel nochmal. Zehn Minuten ergehen nach zwei Tore. So, Jungs. Gar nicht vorbei, oder? Super, mein Mann. Ich hab's ja gar nicht dran. Oh, ey. Ja, ey. Die durften mal nicht verlieren, ey. Guck dir mal an, was die machen, ey. Nur so was. Das ist Dennis quasi in Kopie, zweimal. Dennis kann sich dann selbst nicht verteidigen. wer denn ist er kann das aber die jetzt noch viel besser als die wir wissen wir nicht mehr was wir machen wir können ja los wenn wir einfach machen die machen die ich nicht mehr auf die Städte Blinks die Woche macht er noch die Städte die Aufwand nicht so weit mit so viel Spiel muss man gewinnt das Alter Jawoll Mach die Wette zu Ne, zwei Minuten läuft die Wette Wir können ja nicht schließen Jetzt füllen wir jetzt 1-0 Ach, das ist scheiße So einen Ball muss ich mir unbedingt sparen Von da an Dreikpasst, es ist einfach nur dämlich Und der ist besser Ne, wir sind oben drin Ne, ne Alter, kommt da dran Er flankt einfach auf sich selbst Kein Bock auf Lewandowski Nö, du machst einen ähnlichen, habe ich gedacht Ja, eben Und Nein Nein Das Ergebnis gefällt mir noch nicht Ah, jetzt stoppen die da, ey Ja, genau so, Dennis Das ist besser Und zack So, um wir Schön Jawoll Perfektes Timing Da kam Ruf Man, Rufglück ja auch Aufrufen dann, ey Mann, ey Das macht er ganz cool Wo andere gleich die Brustlange auspacken Löst er Endlich Endlich hat's mal geklappt, ey Puh Wichtig Sehr wichtig Oh, fuck Mein Gott, ey Ich häng hier fest Dieses pissweiße Kabel Ja, toll Nein So eine Kacke Tilo Ich häng am Kabelpiss Ich häng das immer noch nicht Toll Ganz toll Wie? Sag denn es Ich geh mit Müller Wo er probiert Was war das denn? Alter, das war das nicht Das muss auch gar nicht sein Alter, zum Glück nehme ich das auf Zweimal hat er den gemacht Pass auf Jawoll Verdammt nochmal Ey, Tilo, du machst hier in der 90. die Dinger nicht, ey Alter, wir hast zweimal so einen Hackenscheiß gemacht War das extra oder ist das automatisch? Das war sogar ungewollt Ungewollt ist gut Was willst du? Wir haben gewonnen Wir haben gewonnen, ja Ja, was regst du hier auf, ey Ein paar haben Glückert Wer kriegt denn hier was? Ach, nein, das Video, okay Dennis, wir hören uns, ne? Ja Mach's gut Hau rein Tschüss Disconnected Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal